Bist du weltoffen und möchtest dich auf etwas Neues einlassen? Mit dem ASA-Programm kannst du Wissen über globale Zusammenhänge erlangen, internationale Erfahrungen sammeln, dich aktiv auf lokaler und globaler Ebene engagieren und gemeinsam mit anderen Verantwortung für die Zukunft unserer Welt übernehmen. Wie das geht? Jedes Jahr ermöglicht das ASA-Programm über 250 jungen Menschen wie dir mit einem Stipendium die Teilnahme an einer dynamischen Lernwerkstatt. Du lernst neue Herausforderungen, Methoden und Wege der globalen Zusammenarbeit kennen. Im Team bist du drei Monate im Ausland aktiv und lernst, dein Wissen dort praktisch einzubringen und deine Perspektive zu wechseln. Dafür arbeitet ASA mit über 100 Partnerorganisationen in mehr als 50 Ländern. In Afrika, Asien, Lateinamerika und Südosteuropa zusammen. Du erfährst, was du brauchst, um lokal wirksam zu sein. Im Ausland und zu Hause. Du wirst Teil des wachsenden ASA-Netzwerks. Es bietet dir nach dem Stipendium vielfältige Ideen, Kontakte und Möglichkeiten, dich weiter für globale Gerechtigkeit einzusetzen. Und gemeinsames Lernen und Entdecken bei ASA macht Spaß. Egal ob du studierst oder eine Lehre abgeschlossen hast, wenn du Wissen über globale Zusammenhänge erarbeiten, internationale Erfahrungen sammeln und dich gemeinsam mit anderen für eine nachhaltigere Welt engagieren möchtest, dann bewirb dich beim ASA-Programm. Egal ob du studierst oder eine Lehre geschlossen hast,